Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Tina. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen angenehmen Wochenstart gehabt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie die Energien hier von, ja so, die kommenden 72 Stunden so ab Mittwochabend, Donnerstag so ungefähr, je nachdem wann, ab seit wann du das Video schaust. Also die Nachricht gilt im Grunde ab dem Moment, wo du die Nachricht schaust. So, vorher mal noch einen kleinen klärenden Gong. Vielen lieben Dank für dein kostenfreies Abo, was du hier gelassen hast. Betätige auch gerne die Glocke, damit du informiert wirst über die nächsten Videos, die ich hochlade. So, drei Karten sind gefallen. Mal schauen, was ich hier zeigen möchte, was in den kommenden 72 Stunden hier Thema ist. Da haben wir das 8 der Stäbe. Die 8 der Stäbe deutet auf eine Weiterentwicklung hin. Wenn du also in einer Situation warst, wo du bisher so mit Stagnation zu tun hattest, und das Gefühl hast, hier geht es irgendwie nicht so richtig weiter, dann könnte es sein, dass jetzt die Dinge in Bewegung kommen, dass vielleicht auch eine kleine Unternehmung für den einen oder anderen ansteht. Eine Reise könnte auch tatsächlich auf eine Fortbewegung stehen, dass du vielleicht auch viel unterwegs bist oder viele Dinge mit einmal anstehen. Ja, behalte den Überblick, strukturiere dir den Tag ganz in Ruhe und mitunter könnten hier aber auch klärende Gespräche anstehen. Schauen wir mal, was wir hier über die 8 der Stäbe noch wissen dürfen. Ist auch eine schnelle Energie und kann auch für eine Neuausrichtung stehen, dass es jetzt in eine neue Richtung geht in deinem Leben. Da haben wir hier den Herrscher. Der Herrscher spricht für den Widder und auch für das erste Haus des Widders. Da geht es immer um eine Initierung, also einen ersten Schritt, den man geht. Er ist auch derjenige, der etwas in Ordnung bringt. Er steht für Recht und Ordnung. Er ist eine sehr einflussreiche Person, mit der du es zu tun haben könntest. Könnte ein Coach, ein Mentor, ein Anwalt sein oder jemand, der sich in einem Bereich einfach sehr gut auskennt. Und der sagt, wo es lang geht. Er hat auch so einen gewissen Einfluss auf die Thematik, auf die Personen. Oder es ist vielleicht auch ein Thema, was viel Raum nimmt. Kann auch sein. Muss jetzt nicht unbedingt eine Person sein. Ansonsten steht er für Themen, wo es darum geht, auch Verantwortung zu übernehmen. Jetzt wirklich in seinen Thron sich zu setzen und für sich einzustehen, für seine Ziele zu gehen und klar auch sich auszudrücken. Siehst du, reagiert schon mein Kehlchakra. So, der Wagen. Sehr schön. Das steht für Erfolg. Also wenn du jetzt hier Verantwortung übernimmst, kann hier etwas erfolgreich sich entwickeln. Genauso eben, wenn du hier eine Person hast, die an deiner Seite ist, mit der es hier vielleicht klärende Gespräche gibt, kann hier etwas in eine neue, fruchtbare Richtung gehen. Wir haben hier unterm Kartendeck noch zusätzlich das Ast der Stäbe, was hier auf einen Impuls deutet, auf eine Reise, auf ein Angebot, ein Potenzial, was hier in der Luft ist. Also etwas, was wirklich sehr, sehr gewinnbringend hier sich zeigt. Wir schauen mal, was die Lenny-Karten uns dazu noch verraten. Welche nehmen wir da? Nehmen wir heute mal hier. Was dürfen wir zu dieser Situation hier noch wissen? Was ist wichtig, um diese Hürde zu nehmen? Was ist hier wichtig? Was dürfen wir noch wissen? Da haben wir das Buch. Das hatten wir in der letzten Legung schon, wo es um Wissen geht, aber auch um Abschließen von Kapiteln. Und wir haben die Öffentlichkeit. Also es kann durchaus sein, dass hier vielleicht ein Geheimnis zutage kommt, dass hier ein Wissen zutage kommt. Oder es geht um ein öffentliches Gebäude, eine Schule, ja, etwas, wo man etwas lernt, wo man, ja, eine Ausbildung oder so. Vielleicht ist das auch das klärende Gespräch, was hier erfolgreich verläuft. Bei dem einen oder anderen, da hatte mir ja, ich glaube, Zaubermaus oder was, hat mir geschrieben, dass sie sich ja an einer Schule beworben hatte. Und das könnte eben sehr erfolgreich hier sich weiterentwickeln. Das freut mich sehr. So, was haben wir hier? Da haben wir die Sechs der Stäbe. Die Sechs der Stäbe steht für einen Erfolg. Also genauso wie hier auch die Energie des Erfolges. Das ist ja so der Etappenziel. Das Etappenziel, was man hier erreicht. Das ist auch die Energie von oben auf sein, von Anerkennung und Wertschätzung bekommen, in die Sichtbarkeit gehen mit seinem Projekt und auch sichtbar sein. Auch kann das sein, nach einer schwierigen, anstrengenden Phase, dass man hier einen Sieg einheimst, dass du hier etwas erfolgreich erreicht hast. Ja, so einfach wie so ein Etappenziel. Vielleicht auch, dass du über etwas hinweggekommen bist, über einen Konflikt. Das könnte auch sein. Zuvor haben wir ja die Fünfte Stäbe. Und das deutet ja mitunter auf Herausforderungen hin. Können innere Herausforderungen sein, aber auch welche, die du mit anderen hast. So leichte Kabeleien, ich sag mal so Konkurrenzkämpfe. Ja, das wäre quasi so das Durchsetzen gegenüber der Konkurrenz. So, was darf man denn dazu noch wissen? Dann, da haben wir hier eine Energie, die von Vergangenheit spricht, Themen der Vergangenheit. Vielleicht kommst du ja auch über eine Thematik aus der Vergangenheit drüber hinweg. Oder du wurdest hier nochmal mit einem Menschen aus der Vergangenheit konfrontiert. Vielleicht gab es da Unstimmigkeiten, Streitereien oder irgendetwas, vielleicht gar nicht so gravierendes, weil wir haben ja jetzt hier Stabenergie und nicht Schwertenergie. Wo du aber hier in irgendeiner Weise, ja, einen Sieg davon trägst. Also einen Sieg davon trägst, dass du mit erhobenen Hauptes rausgehen kannst aus der Nummer, dass du da einen Abschluss findest. Und vielleicht bekommst du da auch sowas wie eine Anerkennung von deinem Gegenüber. Was dürfen wir hier noch dazu wissen? Zu den Sechs der Stäbe. Was dürfen wir hier zu den Sechs der Stäbe hier noch wissen? Die Fünfte Münzen deutet darauf hin, dass du hier einen Mangel überwindest. Ein Vermissen oder eine kühle, unterkühlte Beziehung. Etwas, wo du dich vielleicht ausgeschlossen gefühlt hast, wo du nicht das Gefühl hattest, in deiner Fülle zu sein, ja, in deinem Erfülltsein, sondern eher in diesem, mir fehlt etwas. Irgendetwas war zu wenig, irgendwas war nicht ausgeglichen. Vielleicht hast du auch eine lange Zeit der Krankheit hinter dir, die du jetzt überwunden hast. Wir haben hier unterm Kartendeck noch die Mäßigkeit, die hier auf Heilung hindeutet, die aber auch auf, ja, gefühlvollen Austausch steht, ja. Vielleicht finden hier ganz liebevolle Gespräche auch statt. Und deswegen kannst du hier in irgendeiner Weise eine Anerkennung einheimsen, ja. Kommt auf jeden Fall auch wieder Balance in dir und in dein Leben, ja. Das ist so emotional auch sehr ausbalanciert wieder. Da drunter haben wir auch die Zehen der Kelche. Das deutet auch auf Happy Family hin, auf eine Zeit, wo man sehr glücklich ist mit sich und seinen Liebsten. Was dürfen wir denn noch zu den sechs der Stäbe wissen? Ja, siehst du, da haben wir die Energie der Heilung, die Schlange. Du häutest dich oder du hast dich gehäutet, du streifst ein altes Sein, eine Vergangenheit von dir, legst einen alten, schweren Mantel ab und kommst in eine sehr positive Energie. Was dürfen wir zu den sechs der Stäbe noch wissen? Sehr schön. Der Hund. Der Hund spricht von Treue und Loyalität und die nehme ich hier in erster Linie so wahr, dass es darum geht, dir selber treu zu bleiben, ja. Dich nicht unter Wert zu verkaufen und auch nicht zu irgendwelchen Dingen hinreißen zu lassen, die nicht deinen eigenen Werten entspricht. Also wirklich in dich rein zu horchen und rein zu fühlen, was deine Bedürfnisse sind und auch dazu zu stehen, ja. Das ist ganz richtig so. Machst du gut. So, hier haben wir die sieben der Stäbe. Das ist eine Energie, die nach den sechs der Stäbe kommt, wo man sehr bei sich ist, wo man in sich zentriert ist und sich nicht aus seiner Mitte bringen lässt. Wir sehen ja hier diese sechs Stäbe, die wie Angriffe kommen, ja. Das können Vorwürfe sein, das können, ja, Menschen sein, die sagen, kannst du doch nicht machen, das geht so nicht oder die dich in irgendeiner Weise von deinem Weg abbringen wollen. Es können auch einfach Energien sein, die im Feld sind, wo du gar nicht so richtig weißt, wo die herkommen. In irgendeiner Weise ist hier auch deine Willensstärke gefragt. Vielleicht ist es auch einfach dein Inneres, ja. Also wir sehen hier keine Menschen, wir sehen ja nur die Stäbe. Also es könnte eben auch sein, dass sich alles nur in dir abspielt, dass du da... Es ist sehr spannend. Wir haben hier sechs, sieben und acht der Stäbe. Also es ist gerade viel los in deinem Leben, ja. Viel Bewegung, viele Dinge, die mit einmal passieren. Und es kann aber auch mit den sieben der Stäbe sein, dass du hier etwas abwehrst, was dir eigentlich bestimmt ist, ja. So wie ein Glück, das Glück gar nicht fassen können. Schauen wir mal, was wir dazu noch wissen dürfen. Sieben der Stäbe. Auch immer ein Hinweis auf dein Solarplexus. Das ist das Chakra, was zwischen dem Bauchnabel und der Brust auf Brusthöhe, also so unterm Brustbein drunter sitzt, ja. Magengegend. Also wenn du Magenschmerzen hast, dann meldet sich dein Solarplexus. Das ist das Sonnengeflecht und das ist auch das, wo deine Lebensenergie drin steckt, ja. Hier haben wir die Königin der Münzen, die deutet auf Themen der Gesundheit hin, auf den Selbstwert, auch auf einen gesunden Alltag, dass du einfach auf dich achtest, ja. Dass du guckst, bewege ich mich genug, esse ich regelmäßig oder ernähre ich mich gesund. Die guckt, dass die Finanzen in eine Stabilität kommen, dass alles in eine gewisse Fruchtbarkeit kommt oder auf fruchtbaren Boden fällt. Sie ist so eine mütterliche, unterstützende Energie. Vielleicht hast du auch so eine Person an deiner Seite, die hier jetzt gefragt ist. Aber ich nehme es eher so, als deine Energie war, dass diese Energie jetzt gefragt ist, so die Jungfrauenergie, ja. Wir haben ja dann den 3. September den Neumond in der Jungfrau. Dazu habe ich ein Video gemacht, schau da gerne mal rein, habe ich am Ende des Videos verlinkt. Und die Jungfrau, die ist so die, die hier eine neue Ordnung reinbringt, die die Dinge gut, bodenständig durchdenkt und dann daraufhin halt Entscheidungen trifft, ja. So ist das nützlich, ist das schön oder kann das weg? So ein bisschen pragmatisch, ja, also nicht so sehr emotional, sondern eher, ist das hilfreich, ist das, nährt mich das, nährt das die Situation oder die, ja. Was nährt die Situation, was braucht die Situation und alles, was es eben nicht nährt, abzu, sich abzugrenzen, ja. Sich das vom Halse zu halten sozusagen, wie hier. Und am Kandek zeigt sich hier das Ast der Münzen. Da steckt ein großes Potenzial auf Stabilität und Fülle hin. Also das kann sowohl die materielle Fülle sein oder eben auch das Erfülltsein, ne. Materielle Welt, das ist eben, sind deine Finanzen, dein Hab und Gut, kann einem auch ein Job sein, aber eben auch alles, was mit deiner Gesundheit zu tun hat, ne. Unser Körper besteht ja auch aus, ist ja auch Materie, kann ich ja auch alles, was ich anfassen kann, ne. Ja, darunter haben wir die Königin der Schwerter, deutet hier auf eine Person im Luftzeichen hin. Es kann ja um Themen der Kommunikation auch gehen oder etwas, was mit deinen Gedanken oder Glaubensmustern zu tun hat. Luftzeichen wären Wassermann, Waage oder Zwillinge, ja. Also vielleicht gibt es da Dinge oder Menschen, mit denen du hier zu tun hast, die dir vielleicht ein Angebot machen im Kommunikativen oder irgendetwas, was auch mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat, ja. Im Kaufmännisch oder so kommt mir hier auch gerade. Vielleicht ist das ein Angebot, ja, für eine Langfristigkeit auch, ne. Die Königin der Schwerter, die trifft auch Entscheidungen für die Zukunft. Das ist so der Blick in die Zukunft, der weit, weit vorausschauend, also denke halt auch vorausschauend, was gibt dir in der Zukunft auch weiterhin Stabilität. Worauf möchtest du bauen, ja, den Fundament? Sehr schön, dass wir hier jetzt den Magier haben, denn die beiden, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, schau dir mal die Farben an, ne. Die sind sich sehr ähnlich, das ist so ein super Couple, weil die Königin der Münzen, die weiß genau, was sie will, ja. Und sie manifestiert im Grunde die Dinge, dass sie sich auch wirklich in der materiellen Welt dann zeigen können und beauftragt quasi den Magier ins Tun zu kommen. Der Magier, der fokussiert sich mit aller Kraft dann auf die Dinge. Dazu kann es wichtig sein, hier jetzt sich von gewissen Kräften oder Energien oder Menschen abzugrenzen oder Aufgaben, die nicht deine sind, wirklich zu reflektieren. Ist das hier meins oder ist das die Baustelle von jemand anders? Muss ich mich jetzt dieser Aufgabe annehmen? Einfach bei dir auch zu bleiben, fokussiert zu bleiben und deine Willensstärke, wie gesagt, wird hier arg getestet. Es könnte hier sehr viel Einsatz erfordern, ne, wenn den Zehn der Stäben unterm Kartendenk, Deck ist hier wirklich Manpower angefragt, also gefragt. Auch wenn du eine Frau bist, aber hier geht es jetzt ums Anpacken. Mitunter auch sogar tatsächlich ums Anpacken, also wirklich Dinge umsetzen. Ob du jetzt zum Beispiel Renovierungsarbeiten machst oder einen Umzug hast oder irgendetwas, was dich wirklich auch körperlich an eine gewisse Grenze bringen könnte. Aber wenn du das vollbracht hast, dann hast du es geschafft. Die Zehnerenergie deutet ja dann auch auf das Ende eines Zyklus hin, das heißt auch das Ende einer anstrengenden Phase. Und du hast, wie gesagt, die Kraft hier mit dem Magier an deiner Seite, Königin der Münzen, sehr, sehr schönes Kabel. Du bekommst im Grunde jeglichen Support, dein Ziel zu erreichen. Sehr schön. Was dürfen wir hier noch zu wissen, um diese Hürde zu nehmen? Was unterstützt dich hier? Die Mäuse, eine Kleinigkeit. Vielleicht gibt es da einen Mangel an Selbstwert. Das könnte auch sein, dass es da etwas gibt, was immer wieder an dir knabbert. Bleibe hier, wie gesagt, fokussiert. Bleibe klar in dir. Und lass dich nicht von diesen Dingen, wenn das hier die Mäuse sind, immer wieder aus deiner Mitte bringen. Sondern meditiere regelmäßig. Geh, mach Sport. Ernähre dich gut. Und achte eben, wie gesagt, genau darauf, wer ist hier kräftezierend. Dann, ja, distanzier dich davon. Was dürfen wir hier noch zu wissen? Okay. Hier gibt es Themen. Ah ja, okay. Der Fuchs und der Anker deutet hier auf eine kluge Entscheidung im Beruflichen hin, aber auch eine gewisse Strategie, einen Plan machen. Vielleicht musst du hier auch einen Plan verfolgen oder brauchst eine gewisse Strategie, um hier im Berufswegen jetzt voranzukommen. Der Fuchs, der steht für Schleue, der steht für Instinkt. Also höre da auch auf dein Bauchgefühl, was du da bekommst. Da werden dir einige Informationen vielleicht begegnen, dass du hier Dinge wuppen kannst. Gut, schauen wir mal noch, was wir hier vom I Ching reinbekommen. Was so die Hauptenergie ist, die wir hier alle in den Tagen erleben. Mal gucken, ob ich die so schnell mal jetzt gedeutet bekomme, weil die sind mitunter sehr komplex. Deswegen habe ich die bisher immer vorher gezogen und dann reingelesen und mich da reingeführt. Welche Energie begleitet uns in den kommenden 72 Stunden? Zu viel Druck. Mach dir nicht zu viel Druck. Also entspanne dich, sorge für ein angenehmes Umfeld und nimm dir auch mal eine Pause. Mach dir hier regelmäßig auch Auszeiten ein, planen. Und auch bleibe auf deinem Weg im Grunde, ja, aber lass dich nicht unter Druck setzen. Und wenn du in dir einen Druck verspürst, vielleicht irgendetwas tun zu müssen, dann überlege da nochmal und halte nochmal einen kurzen Moment inne, aber dann gehe auch den Weg. Also dem, aber zu viel Druck könnte eben sein, dass du hier in irgendeiner Sache vielleicht übers Ziel hinausschießt und dass es dann gilt, wieder sich etwas zu zügeln. Was ist denn der Rat? Was ist der Rat? Also lass dich nicht unter Druck setzen. Was ist der Rat? Nach der Vollendung. Wenn wir etwas vollendet haben, dann, also ein Ziel erreicht haben, dann dürfen wir einen Moment durchatmen. Dann dürfen wir eine kleine Pause machen und innehalten und dennoch aber aufgeschlossen bleiben, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Denn wenn etwas vollendet ist, sind wir ja niemals wirklich am Ende, sondern wir kennen es ja von dem Seelenreise-Tarot, dass sich die Dinge so entwickeln, dass man immer wieder von vorne anfängt. Wenn du mit der Welt abschließt, dann stehst du wieder als Narda, weil damit wieder eine neue Reise beginnt. Also wenn du vermeintlich denkst, du bist jetzt schon angekommen, dann wisse, du wirst niemals hundertprozentig angekommen sein und es wird immer eine Möglichkeit oder einen Weg geben, wie es weitergeht. Also auch wenn du jetzt eine Ausbildung abgeschlossen hast, etwas gemeistert hast, dann wird dir wieder eine neue Aufgabe gestellt. Und das ist vielleicht diese neue Reise, die hier ansteht. Schauen wir mal, wo die Sache hinführt. Enthusiasmus. Oben der Donner, unten die Erde. Enthusiasmus ist ja so die, ich finde es ja schön, hier sind zwei Brüste. Also auch so das Gefühl von, was möchte ich gerne nähren? Was möchtest du gerne nähren? Was soll wachsen? Eine Energie von Fruchtbarkeit kommt mir hier. Was verstehst du unter Enthusiasmus? Und für was möchtest du dich gerne einsetzen? Enthusiasmus ist ja so dieses Gefühl, ich möchte mich für ein höheres Ziel auch einsetzen. Was ist dein höheres Ziel, für was du dich einsetzen möchtest? Vielleicht spürst du da, dass du dich in irgendeiner Weise jetzt neu ausrichten möchtest, weil du eine Erkenntnis gehabt hast, die jetzt dazu führt, dass du sagst, okay, dieser Entwicklungszyklus, der ist jetzt abgeschlossen, du bist nach der Vollendung oder es soll etwas vollendet werden, aber es ist vielleicht vorher nicht mit deinem Warum im Einklang gewesen. Denn wir haben ja hier auch dieses Heilen und mit sich selbst Treue und Loyalität. Vielleicht ist auch ein Thema jetzt in die Heilung gegangen oder geht jetzt ein Thema in die Heilung, was vorher mit Lug und Betrug zu tun hatte oder mit Verlust einer Freundschaft, einer Loyalität. Dass du hier über dieses Thema jetzt hinweg kommst und sagst, okay, ich gebe mir in erster Linie die Anerkennung und die Wertschätzung. Und auch wenn ich sie vielleicht von jemand anderes nicht bekomme, bin ich sie mir dennoch selber wert und das stellst du damit auch nicht in Frage. Bloß weil vielleicht jemand anderes dir nicht die Wertschätzung gibt, stellst du es nicht in Frage. Das hat nichts mit dir zu tun im Grunde, so was nehme ich hier wahr. Okay, ja, na dann wünsche ich uns allen eine wunderschöne Woche. Ich gebe noch einen klärenden Gong dann dazu. Vielen lieben Dank für dein Like und für dein Liebeskommentar und für jegliche Art deiner Unterstützung. Ich freue mich von dir zu hören, wie es dir jetzt so in den Tagen ergangen ist, ob die letzte Legung mit dir auch in Resonanz gegangen ist, lass es mich wissen. Tausend Küsse, mach's gut, bis zum nächsten Mal.